Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 2081 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Halte nun zwei Finger deiner rechten Hand an deine rechte Wange und schaue nicht in die Kamera. Halte nun zwei Finger deiner rechten Hand an deine rechte Wange und schaue nicht in die Kamera. Welchen Wein sollen wir für heute Abend kaufen? Welchen Wein sollen wir für heute Abend kaufen? Welchen Wein sollen wir für heute Abend kaufen? Ich bin schon im Bahnhof. Der Zug ist pünktlich. Ich bin in drei Stunden zu Hause. Ich bin schon im Bahnhof. Der Zug ist pünktlich. Ich bin in drei Stunden zu Hause. Ich bin schon im Bahnhof. Der Zug ist pünktlich. Ich bin in drei Stunden zu Hause. Hier haben wir einen Fehler gemacht. Das müssen wir unbedingt beheben. Hier haben wir einen Fehler gemacht. Das müssen wir unbedingt beheben. Hier haben wir einen Fehler gemacht. Das müssen wir unbedingt beheben. Der Zahnarzt kontrolliert alle sechs Monate den Zustand meiner Zähne. Der Zahnarzt kontrolliert alle sechs Monate den Zustand meiner Zähne. Der Zahnarzt kontrolliert alle sechs Monate den Zustand meiner Zähne. Kleine Kinder sollten niemals unbeaufsichtigt in einer Badewanne sein. Kleine Kinder sollten niemals unbeaufsichtigt in einer Badewanne sein. Meistens stehe ich morgens um Viertel nach sechs auf. An Sonntagen schlafe ich länger. Meistens stehe ich morgens um Viertel nach sechs auf. An Sonntagen schlafe ich länger. Meistens stehe ich morgens um Viertel nach sechs auf. An Sonntagen schlafe ich länger. Hier im Hochland fühlen sich nicht nur Rinder wohl. Ich kann mir keinen besseren Arbeitsplatz vorstellen. Hier im Hochland fühlen sich nicht nur Rinder wohl. Ich kann mir keinen besseren Arbeitsplatz vorstellen. Hier im Hochland fühlen sich nicht nur Rinder wohl. Ich kann mir keinen besseren Arbeitsplatz vorstellen. Kennst du die wichtigsten Notrufnummern? Kennst du die wichtigsten Notrufnummern? Die Schnürsenkel sollten festsitzen. Die Schnürsenkel sollten festsitzen. Die Schnürsenkel sollten festsitzen. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Ich baue Sonnenkollektoren auf das Dach des Hauses. Das Dach ist nach Süden ausgerichtet. Ich baue Sonnenkollektoren auf das Dach des Hauses. Das Dach ist nach Süden ausgerichtet. Ich baue Sonnenkollektoren auf das Dach des Hauses. Das Dach ist nach Süden ausgerichtet. Ich sehe den Unterschied auch. Wir müssen den Test wiederholen, um absolut sicher zu sein. Auf dem Markt ist das Gemüse immer frisch. Auf dem Markt ist das Gemüse immer frisch. Ich kaufe dort gerne ein. Jetzt muss unbedingt ein Wunder geschehen. Sonst weiß ich nicht, was ich tun soll. Jetzt muss unbedingt ein Wunder geschehen. Sonst weiß ich nicht, was ich tun soll. Jetzt muss unbedingt ein Wunder geschehen. Sonst weiß ich nicht, was ich tun soll. Auch wenn viele Dinge gleichzeitig auf mich zukommen, bleibe ich ruhig und gelassen. Auch wenn viele Dinge gleichzeitig auf mich zukommen, bleibe ich ruhig und gelassen. Auch wenn viele Dinge gleichzeitig auf mich zukommen, bleibe ich ruhig und gelassen. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich in meinem Leben bisher erreicht habe. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich in meinem Leben bisher erreicht habe. Als kleine Zwischenmahlzeit habe ich immer einen Apfel dabei. Wir trainieren gemeinsam vor dem Spiegel, um unsere Körperhaltung zu verbessern. Wir trainieren gemeinsam vor dem Spiegel, um unsere Körperhaltung zu verbessern. Die Übung ist nicht einfach. Mal sehen, wie lange ich auf meinen Zehenspitzen stehen kann. Den Abend verbrachten wir am Lagerfeuer vor unserem Wohnwagen. Den Abend verbrachten wir am Lagerfeuer vor unserem Wohnwagen. Wie viel Bargeld hast du noch? Ich muss den Klempner bezahlen. Wie viel Bargeld hast du noch? Ich muss den Klempner bezahlen. Wie viel Bargeld hast du noch? Ich muss den Klempner bezahlen. Der Handwerker war da. Dachrinne und Fallrohr wurden erneuert. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.